Kann ich? Jetzt kannst du loslegen. Ich trau mich hier und finde ich auch nicht. Halt, halt, zieh auf dieser Seite bitte, damit er auch hier runter fällt. Dann geht es aber ins Bett. Nee, höchstens hierher. Ja, dann sieht man es aber nicht auf dem Film. Wenn du es da hinten machst. Also ich zieh hier. Ja, mach. Achtung. Fertig. Ja, jetzt. Der Turm will nicht, he? Jetzt geht es zu schwierig. Jetzt sieht man es nicht mehr gut. Jetzt bist du davor. So, jetzt. Die nächste Zeit.